Gibt es noch mal einen heissen Tag? Fast 30 Grad, hat er gesagt. Gehen wir aber am frühen Morgen. Wir zwei. Haben wir den Hund ausgetrickst? Gut gemacht, Odin. Ja, haben wir ihn ausgetrickst. Ist ein hübscher. Aber es ist ein Hund. Ja, du. Ja. Ausgetrickst. Haben wir cool gemacht. Gell? Schauen wir mal, wie ich das mal gekrämmet. Kollege Odin. Komm. Geh ein bisschen schicker sein Wut. Noch nicht ganz wach, Odin. Ich bin die nächste Hübscher. Mit ihm. Mit ihm leuchtig weissen Spitze. Vom anderen End. Vom Kraton. Können wir es langsamer, gell? Können wir es langsamer, gell? Ich bin hier. Wir werten, welch weiss. Ich bin auch hier. Wir hatten noch ein bisschen. Wenn ich den Hübscher vermveht, dass ich den Hübscher vermute. Gehen wir zum Bienenhäuschen, komm, kennst du den Weg? Komm, komm, hopp, hopp, komm. Und da sind wir mit dem Wasserschlössli, aber wir können zum Bienenhäuschen, zumindest töten, falls der Odin möchte, ran. Odin, Jacham, ein neues Abenteuer am Einchen. Ja. Vorsichtig, ja. Vorsichtig. Ist es nass? Ja, ist es nass? Ja, ja. Du bist doch nicht Wasserscheuch. Oh, wahr. Hm? Komm. Na komm jetzt. Ist ein schöner, sonniger Tag. Ja, geh irgendwas suchen. Hä? Ja, komm. Komm. Hm? Wir gehen dort rauf, komm. Zum Bienenhäuschen. Hä? Komm. Komm. Odin. Ja, komm. 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 Oh, kommt noch ein Velofahrer, hä? Ja. Snell. Oh. Sack. Über die Strasse. Oh nein. Oh nein. Komm. Oh nein. Komm. Hä? Hast du so tapfer die Wiese überquert? Komm. Komm. Komm, gehen wir schauen, was hier knackt. Ja, komm. Wo geht es sich da hin? Oh nein. Odin. Kann man mal schauen. Das sieht sparrant aus. Ja. Ja, ich habe es gesehen. Fiese Vögel, hä? Hm? Fliegen alle weg? Ja, nein. Hm? Damals bin ich dich entschuldig. Ich bin nicht so laut gewesen. Komm jetzt, komm. Hm? Velofahrer. Komm. Hopp, hopp. Odin. Ja, komm. Hast du alle Vögel vertrieben? Mit Gewissheit. Ja. 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 Grosser Waldläufer und Farbfinder. Hm? Ja. Hm? Ja. Neu weg. Hä? Kann man mal gucken. Ja. 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 Ich sehe dich da. Denk einmal jetzt mal lau. Ja, genau. Ja. Mann. Hau sie. Tschüssi. Und ihr von uns. Anstechen. Ja schon sieht das Wort, das stechen. Ja, ja, da bin ich doch hoch, Frau. Ja, mach's dir fein. Genau, rein. Ja, ich habe Zeit. Ja, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Jetzt sind wir im Mountainbike-Strecke etwas ausgebaut. Das ist aber eine gefährliche Strecke. Was meinst du? So eine Stahl, gell? Ich habe noch ein Sneaky-Cam. Wir haben gar nichts gestritten. Ich habe noch ein guter Idee. 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 Ja, natürlich muss ich noch auf den Strunk ein bisschen rumschauen. Ja, sicher. Ich habe noch ein guter Idee. 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 Genau! Right here durch! Trying to함! Meine Kette nicht richtig richtig! Nein! Nein, nein! Da fücheln, komm Odin, komm, nein, 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 komm da du, komm Odin, wir machen da vorne den Abzwieger, ja genau, wie siehst du dir schon, Odin, ab bis grün, Zoppinschattel, Schwachsak, komm, du bist nicht gern gelocken, komm, Edi ist nicht dabei, nein, ja sind nur wir zwei, Oh, ja, ey, Odin, hä, bist du so arg, ach komm jetzt, ach komm jetzt, hm, genug für heute, hä, genug für heute. Ja, gehen gehen schauen, ja, ja, hm, hast du das Gefühl, die Vögel kommen, oder die Mäuse, wenn du rufst? Nun, ja, 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 der, der war denn möglich? Ja, ja, doch, nee, ich weiß ja, noch mal, nee, ich weiß ja, das ist ja gar nicht so warm. Ja, ist besser, ne? Ja, was denn? Ja, tschüss, gehen und schauen, ja. Ja, ich warte, ja, ja, ja. Ja, da habe ich mich von der Mucke gefressen. Ja, genau. Ja, kommen Sie mir in der Märchenabteilung. Oh, ich so arg. Hä? Ja, ich höre dir. Ich warte dir. Oh, arme Krater, komm. Hey, ihr arme Krater. Und wo ist denn? Hm? Gehen wir in der Bteilung mehr als Wald? Hm? Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm mal. Ein Mosdeppich für uns, Ramm. Ein Meter schöner als der Ander. Ja, ja. Ja, ja. Ist das nicht der Pracht? Ja, mein Schleicher. Jetzt ist die Langeweile vorbei, gell? Komm, machen wir noch ein Stückchen. Ja. Ei, 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 du willst heim, also gut. Ja, ist gut, ja, ja, ja. Komm, haben wir den Weg gefunden, den Rab. Schnell bevor der Mann mit Hund kommt, ja. Ja, gehen wir heim, ja, ist gut. Genug für heute. Genug neue Wege für heute. Komm. Kleiner Schreihals. Ah, ja, du bist ein kleiner Schreihals. Komm. Ja, komm doch ab. Ja, ja. Ja, ich mach... Odin, ich bin ja nicht die Aussicht am Fotografieren. Hä, gib mir doch das Minütchen. Du bist mir ein Hetze. Wo bist du? Hä? Wo? Hä, wo? Hä, wo? Odin? Hast du dich versteckt? Ha, 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 ha. Hast du dich versteckt? Ich habe ja nur die Aussicht angeschaut. Ja, wir gehen. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Schau mal. Voll dort die Spinwebe durch. Odin. Die muss man ja daheim wieder total sanieren. Hä? Zuerst pressieren und dann Schlendrian. immer gern, du ja. Kann jetzt. Jungtiger. Bist super getarnt. Man sieht dich gar nicht. Man freut sich schon alle auf dich hier von einem Vögeljahr. Schau mal. Sieht man gut deine Spinwebe. Ist das dein Darmnetzli? Odin. Du bist mir keine. Ich hole dich ja wieder. Renke ab. Odin. Nicht so schnell. Du bist wieder verschwunden in dein Gericht. Genau dieses Revier hier. Hey! Odin. Renne und verstecke. Und ich muss schauen wo du bist. Lustiges Spielchen. Du bist ein fieses Siechen. Hä? An mir vorbeirennen, verstecken und wieder an mir vorbeirennen? Du Keibelurch, du. Hä? Wo bist du hin? Ja, 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 ja. Probieren wir es nochmal, hä? Im Gang um die Kurve. Da macht er Laune. Ja, da macht er Laune. Hä? Ja, na, ja, das verarsche. Nowl, Andreas verarsche. Hm, na, in Strich kommt vaten. Ja, gröll, nun. He, he, he. Hey? He? Sind wir bald wieder da rein? Ja, sind wir bald wieder da rein? Ja, sind wir bald wieder da rein? Sind wir bald wieder dahin? In Russrack? Ja. Überlegst du den letzten Schnabbernack? Ja, ich sehe das genau, Adam. Schon wieder irgendetwas aushecken. Jetzt aber gemütlich. Kommt mal jemand. Mal einschauen. Also gut. Gut. Ach, ich brauche noch nicht. Seid mal mutig. Seid mal mutig. Seid mal mutig, Teddy. Ja, guck, guck, guck. Ja, guck, guck. Du bist auf der Weg. Ja, gehen wir weg. Weissschweifiger. Ja, schauen wir mal, wo wir gehen können. Auf dem Heimweg. Und so, sind wir bei der Fürstelle. Ja. Haben wir gut gemacht, soweit. Ja, du. Und jetzt zum Krebst, den Musel ergab. Den Hemmus. Ja, 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 ja, ja. Hä? Das ist dein Spiel heute, gell? Das ist dein Game heute. Andreas überholen. Pause machen. Warten, bis Andreas voraus ist. Pause machen. Ist aber anstrengendes Spiel, hä? Mein Grosser. Ja, du, hä? Gehen wir mal etwas trinken, noch aufs Flüssli, komm. Gehen wir mal etwas aufs Pechli, komm. So, sind wir wieder am Flüssli. Und schon wieder Pause, gell? Ja, brauchst du einen reiberwarmen Tag. Sogar im Schatten. Ja, bin ich erst mal geschwitzt. Aber komm. Machen wir noch den Rest, hä? Grosser, komm. Hä, einfach vor mir, gell? Einfach vor mir, ja? Bist du so erschöpfig, oder was? Hm? Bleib ich hinten dran. Dann kommst du nicht mehr auf die Idee zum Rennen machen. Hä? Udin ist ein zu warmen Tag für Rennen. Hä? Ja, viel zu warm. Oh, hä? Da sind wir. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. 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 Komm, komm. Hey, schweisstreiben gesehen. Komm, komm, komm. Hat er einen Vogel gesehen? Oh, das gehört. Ja, ja, ja. Wir sagen auf jeden Fall mal Tschüss.